Ich bin Paul Schocke-Mühle, war mal ein halbwegs vernünftiger Reiter. Der mag verlangt angerittene oder gerittene Pferde. Und wir haben hier schon verschiedene Hallen, aber um das noch so ein bisschen zu entlasten, haben wir jetzt hier kurzfristig diese Halle eingebaut. Ich habe mich für Equitent entschieden, weil die dann auch relativ kurzfristig in der Lage waren, nach meinen Wünschen diese Halle zu fertigen. Wir haben auf einem anderen Standort eine Equitent Longia-Halle, die auch sehr gut funktioniert. Dadurch, dass wir die Maße und Gegebenheiten vorher bestimmen können, kann man bei Equitent eben immer eine Halle bekommen, wie man es braucht, von der Größenordnung her und wie es auch hier in der Landschaft passt und so weiter und dieses Zelt passt hier gut hin. Die Halle selbst ist ein Zelt. Ein Zelt ist sehr leicht zu versetzen, deswegen hat auch der Aufbau sehr schnell funktioniert. Dasselbe würde mit einem Abbau und Wiederaufbau auch funktionieren, davon bin ich überzeugt. Und ich sehe in dem Zelt eben auch die Möglichkeit, sie als Mehrzweckhalle zu benutzen. Die ist freitragend wie eine Halle sein muss. Sie ist aber auch sehr stabil. Wir haben hier schon doch auch mal Sturm und hatten auch Sturmschäden an Gebäuden und die Zelte hatten keine Schäden. Die Zeitpläne wurden genau eingehalten. Wir hatten hier eine gute Woche für den Aufbau vorgesehen und das hat dann auch gereicht. Und das hat mich auch ein bisschen überzeugt. Wenn man eine schnelle Lösung braucht, die funktioniert, dann muss ich schon sagen, dass Equitent einem da wirklich helfen kann. Auch die Zeitpläne wollen noch nicht zum Beispiel. Die Zeitpläne wollen ja, diese Zeitpläne wollen nicht zum Beispiel kommen. Die Zeitpläne müssen letzte Zeitpläne brauchen die Zeitpläne, immediate Zeitpläne für die Zeitpläne. Sie müssen auch hier vertreten. Die Zeitpläne wollen auch nicht vom Zelt. Die Zeitpläne müssen direkt die Zeitpläne wollen Sie aufz. Und Sie sind auch dort auf der Zeitpläne . Vielen Dank.